Warum kommen die Frauen auf der Arbeit nicht zurecht? Warum zicken die sich immer an? Das hören wir oft, denn nicht jede Frau ist der anderen Frau oder der Transfrau eine Verbündete, die sie unterstützt. Frauenfeindlichkeit von Frauen bedeutet, Frauen reproduzieren unbewusst vorherrschende Werte in einem von Männern dominierten System und sie reagieren negativ auf nicht-stereotyp weibliche Frauen, die wir gerade in Führungspositionen finden, wie indem sie andere Frauen unterdrücken, untergraben, ausgrenzen und stigmatisieren. Das liegt allerdings nicht in der Natur der Frau, was Sprachbilder wie stupenbissig oder zickig suggerieren. Diese Sicht trägt vielmehr dazu bei, eine Hierarchie zwischen Geschlechtern zu verstärken. In dieser Hierarchie wirkt die Frau emotional und irrational und steht unten. Im Gegensatz dazu wirkt der Mann kontrolliert und rational und steht oben. Auch das ist frauenfeindlich und erschwert den Aufstieg von Frauen. Führung wird historisch und kulturell mit einem Mann und maskulinem Verhalten in Verbindung gebracht. Daraus folgt, Frauen in Führung passen nicht zum typisch weiblichen Klischee und es entsteht im sozialen Zusammenhang Irritation. Männer reagieren oft negativ und Frauen ebenfalls, weil sie andere Normen gewohnt sind. Genderdiskriminierung am Arbeitsplatz hat Folgen, zum Beispiel Frauenfeindlichkeit von Frauen, die sich auf verschiedene Arten äußert. Frauen sehen andere erfolgreiche Frauen als Bedrohung des Selbst, denn alle sind sozial darauf trainiert, Geschlechterzuschreibungen zu erfüllen und darauf positive Rückmeldungen zu bekommen. Also distanzieren sie sich von ihnen, weil sie sich auch von Aussteigerinnen daran erinnert fühlen, dass sie selbst traditionell in untergeordneter Position sind. Daraus folgt, dass Frauen indirekt aggressiv werden, durch Nachreden und Herabsetzen als Formen der sozialen Kontrolle, während Männer direkt sind und Status und Überlegenheit betonen. Als weitere Folge von Genderdiskriminierung am Arbeitsplatz können wir ein weiteres Phänomen beobachten, das Queen-Bee-Phänomen. Hier distanzieren Frauen sich in einem männlich dominierten Umfeld von niedriger gestellten Frauen. Das ist aber nicht speziell weiblich, sondern wir beobachten es generell bei Personen aus marginalisierten Gruppen, die von ihrer Gruppe abrücken. Frauenfeindliche Frauen sind sogenannte Gatekeeper von Führung und damit unbewusste Komplizinnen einer männlich dominierten Ordnung. Das gleicht dem Bild eines Krabbenkorbs, in dem eine, die heraussticht, von den anderen sofort angegriffen und heruntergezogen wird. Frauenfeindlichkeit von Frauen existiert auch intersektional. Misogynoir bezeichnet den spezifischen Hass, Argwohn und Vorurteil gegenüber schwarzen Frauen, oft abwertend sexualisiert. Gegen den Begriff Angry Black Woman musste sich beispielsweise die ehrgeizige und klar artikulierte Michelle Obama zur Wehr setzen. Transfeindlichkeit richtet sich gegen nichtbinärgeschlechtliche Menschen und ist eine verankerte Diskriminierung in Recht, Medizin, Gesellschaft und in Unternehmen. Sie wird auch von Cis-Frauen betrieben, die Transpersonen als Frauen vereinnahmen oder ausschließen. Antifeministische, rassistische und transfeindliche Verunglimpfungen lenken die Aufmerksamkeit von den AggressorInnen und den Strukturen ab und stattdessen auf eine Einzelperson. Es wird individualisiert und personalisiert. Das Problem ist scheinbar die spezielle Frau. Dieses unsolidarische Verhalten erschwert vor allem das eigene Fortkommen, denn es vergibt die Chance, mit einer kompetenten Kollegin zusammenzuarbeiten und weiterzukommen. Übersehen wird der Kontext. Dieses Verhalten erhält die bestehende Geschlechterordnung und vermeidet Wandel und Geschlechtergleichheit. Können wir darauf bauen, dass sich die Lage von alleine ändert? Mit zunehmender Rollenvielzeit wie der Teilzeitchefin? SozialwissenschaftlerInnen sagen Nein, denn aus dieser Komplexität entstehen Ängste und Unsicherheiten, wohingegen einfache Ordnungen Sicherheit geben. Also was tun? Frauen nicht mit Männern vergleichen. Ansprechen, was läuft. Nicht nur traditionelle Weiblichkeit erwarten. Offensein für neue Formen von Führung, männliche und weibliche Attribute mischen, neue Möglichkeiten für alle etablieren, solidarisch sein und die eigenen Werte auf den Prüfstand stellen und leben. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020